Hallo, wie war das eigentlich möglich, dass ein Julian Assange eingesperrt werden kann? Es wussten doch ganz viele, dass der die Wahrheit sagt. Und die, die das wussten, waren doch viel, viel, viel mehr als die, die ihn eingesperrt haben. Wie konnte das passieren? Das war ja jetzt nicht irgendwie Gehirnwäsche und man kriegt Angst eingejagt und dann sagt man, oh ja, das Virus, das war ja eine andere Nummer. Es wussten viele Menschen, dass Julian Assange die Wahrheit sagt und trotzdem haben die geschwiegen. Und der saß eine ganze Weile im Gefängnis. Es sind wie immer diese Gefühle wie Angst, eingeschüchtert sein, ich kann doch nichts machen, wenn ich was mache, verliere ich meinen Job. Hinterher komme ich selber noch ins Gefängnis und jeder muss selber seine Suppe auslöffeln und ich habe so viel im Alltag zu tun, ich kann mich um sowas nicht kümmern, ich habe keine Zeit für die große Politik. Also die Erklärungen, warum man geschwiegen hat, manche wussten vielleicht auch gar nicht. Ich wusste auch lange Zeit gar nicht, weil das bis zu mir auch nicht durchgedrungen ist. Ich war früher vor dieser Corona-Lüge, sag ich mal, war ich auch nicht so politisch unterwegs. Aber es gab ja auch viele Leute aus dem juristischen Bereich, aus dem politischen Bereich, aus dem Medienbereich, die wussten, dass so ein Julian Assange sitzt. Und er ist ja nur ein Beispiel für etwas, was ganz oft im Leben passiert, dass einer die Strafe kriegt und ganz viele andere schweigen, aus den Gründen, die ich gerade sagte. Jetzt kann man sagen, ja so ist es, die Welt ist schlecht und einer kümmert sich nicht um den anderen, aber das stimmt nicht. Meine Erfahrung ist, dass das andere Gründe hat, warum Menschen schweigen. Also meine Sicht auf die Dinge ist, dass die Menschen schweigen, weil sie das in der Tiefe nicht fühlen können, was bei dem anderen los ist. Weil wenn sie das nämlich fühlen könnten, dann wären sie unruhig und dann würden sie sagen, das geht so nicht. Ich kann nachts kein Auge mehr zumachen. Ich will jetzt mich nicht um andere Sachen kümmern, das ist mir jetzt wichtig. Und nicht jeder muss sich jetzt für Julian Assange interessieren, aber jeder Mensch hat wahrscheinlich in seinem Umfeld irgendein Thema, wo er von Kenntnis hat, aber trotzdem nichts macht. Und da ist ja die Frage, die wir uns schon seit, ich weiß nicht, vier Jahren stellen, warum machen die Menschen nichts? Das ist dieses, im Prinzip, ein bunter Blumenstrauß an negativen Gefühlen. Und die heißen immer gleich, die heißen immer Scham, Schuld, Depression und Angst. Es gibt auch noch Eifersucht und Neid, aber die sind jetzt dabei, glaube ich, nicht so wichtig. Aber diese üblichen Standardgefühle, die jeder kennt, vor allem Angst und dieses Gefühl, ich bin hilflos, ich kann noch nichts machen, und die halten uns im Griff. Und manche Leute sagen ja, nee, ich habe keine Angst, aber mich interessiert das einfach nicht. Das sind Worte. Wenn man ein bisschen tiefer bohrt, dann ist auch bei solchen Menschen irgendwo eine Angst. Die Angst, aufzufallen, anders zu sein als die Nachbarn, als die Arbeitskollegen und dann irgendwie, dass man ausgeschlossen wird im Verein oder am Mittagstisch in einer Firma oder keine Ahnung. Also Menschen sind sehr empfindlich, wenn es um Ausschluss geht. Und natürlich ist das eine Angst, aber die ist so tief verbuddelt, das ist den Leuten nicht bewusst. Jetzt kann man sagen, ja schön, das macht es nicht einfacher. Die haben Angst und wissen das noch nicht mal. Ja, das ist schon mal der erste Schritt, dass man vielleicht, wenn man sich für das Thema interessiert, versteht, Menschen können Angst haben, ohne das zu merken. Und Menschen können sich auch hilflos fühlen, ohne das zu merken. Die bauen sich eine Scheinensicherheit auf, wo alles seinen geregelten Gang hat und man das Gefühl hat, ich habe mein Leben im Griff. Eigentlich hat das Leben dir im Griff, aber nicht die Menschen haben das Leben im Griff. Wie kann man Menschen auf die freundliche Art erklären, das Leben hat dich im Griff, aber nicht umgekehrt. Das will ja keiner hören. Also wie soll man Menschen erklären, du bist gerade in so einem Tiefschlaf und baust dir aber so eine Scheinensicherheit auf und guckst dein Fernsehprogramm und du glaubst, du hast Überblick und so weiter. Also das ist ja das, wo wir seit vier Jahren drüber nachdenken, wie kann man anderen Menschen erklären, das was du da gerade wahrnimmst, ist nur irgendeine Oberfläche, aber in der Tiefe spielt sich auch in dir selber ganz was anderes ab. Und da kann man, ich kann nur sagen, immer wieder das gleiche, nur bei sich selber anfangen, weil wenn ich bei mir anfange, Tiefenbohrung zu machen, worauf keiner Lust hat und wo auch die meisten dann schon wieder abschalten und sagen, jetzt kommt die schon wieder mit Tiefenbohrung, das tut doch nur weh und das ist doch was für Menschen, die Probleme haben und ich habe doch keine Probleme. Warum soll ich denn eine Tiefenbohrung machen? Also meine Meinung ist, dass man bei jedem Tiefenbohrung machen kann und auch was finden kann. Ja und was habe ich dann davon, wenn ich was gefunden habe? Ich kann anderen damit zeigen, wie es geht. Wenn ich zu einem anderen gehe und sage, komm ich mache mal bei dir Tiefenbohrung, dann sagen die, geh weg. Also muss ich bei mir selber anfangen. Ich muss bei mir selber gucken, wovor habe ich eigentlich Angst. Wo habe ich eigentlich so einen, wie nennt man das, da gibt es irgendeinen Ausdruck für so einen Normalbürger in mir, so einen kleinen Spießer in mir, den habe ich auch in mir, den hat jeder in sich, aber dass man den mal suchen geht. Ich nenne das jetzt mal Spießer, weil das hört sich nicht so psychologisch an. Ein Spießer ist ja im Prinzip auch nur etwas, also jemand, der Angst hat. Angst vor, ich falle außer Rolle und andere gucken mich komisch an, deswegen halte ich mich wie so ein Sklave an alle möglichen Regeln. Und wenn wir bei uns selber mal gucken, wo haben wir so ein überangepasstes Verhalten in uns, wo halten wir den Mund, wo wir vielleicht auch mal was sagen könnten, das sind manchmal Kleinigkeiten. Und wenn wir das für uns alleine erstmal angucken, dann können wir auch gucken, was ist eigentlich meine Angst? Wovor habe ich dann Angst, wenn ich das und das mache, was ist das Schlimmste, was ich dann befürchte? Und das ist ja immer Ausschluss, dass ich alleine dastehe, emotional alleine dastehe und keiner versteht mich. Ja, und was ist daran so schlimm? Ja, daran ist schlimm, dass ich dann unsicher werde und ja, selber nicht mehr weiß, ob das jetzt gut oder schlecht war, weil ich das selber nicht so genau spüre, weil ich das vielleicht nicht sicher aus mir selber heraus bestimmen kann, was richtig gut für mich ist. Das heißt, am Ende kommt sowas raus wie, ich weiß nicht so genau, was für mich gut ist. Und ich brauche andere, ist ja auch normal, also ich brauche auch andere, um von Zeit zu Zeit mir eine Rückmeldung zu holen, sag mal, wie siehst du das eigentlich? Das braucht jeder. Wir sind ja, wie sagt man, keine Einzeller, wir sind ja soziale Wesen. Die Urangst ist aber, die sofort angeschaltet wird, ich bin komplett für immer alleine auf mich gestellt und dann bin ich nicht lebensfähig. Also das ist so eine Übertreibung, die wir uns dann erzählen und deswegen schon bei kleinsten Abweichungen sagen, nein, 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 da sage ich jetzt nichts, weil sonst kommt die Urangst. Also es ist eine, wir sind im Prinzip sensibilisiert, das heißt so überempfindlich geworden auf, ich könnte ausgeschlossen werden von der Gemeinschaft und dann habe ich den Salat. Woher kommt das? Das ist eine wichtige Frage. Das kommt aus unserer Ahnengeschichte. Das sind alles Menschen, die einen Krieg erlebt haben und im Krieg, da ging es wirklich um Leben und Tod. Wenn man dann nicht zur Gruppe gehalten hat, dann war man wirklich tot. Daher kommt dieses, du musst jetzt den Mund halten und zur Gruppe halten, weil sonst wirst du oder wir alle erschossen oder ich weiß nicht, was dann passiert ist. Dann werden wir ausgeschlossen von den Lebensmitteln und was weiß ich. Also diese Zeiten gab es ja mal und das sind so Sätze, die wir heute noch unbewusst denken. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt und man kann sagen, nee, ich weiß ja, es gibt einen Supermarkt und ich werde nicht ausgeschlossen von den Lebensmitteln. Nee, aber unbewusst arbeitet das noch und deswegen beschäftigen wir uns auch nicht so damit, weil wir das nicht jeden Tag auf einer bewussten Ebene spüren und wahrnehmen. Was meine Urgroßoma im Krieg erlebt hat, weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwie instinktiv von meinen Eltern gelernt, halt lieber den Ball flach, hab nicht so einen großen Mund und gib nicht wieder Worte. Füge dich erstmal und dann kannst du ja gucken, aber versuche nicht aufzufallen. Das sind alles Sätze, die viele von uns gelernt haben. Also es geht, was ich eigentlich sagen möchte, es geht um, dass man bei sich selber mal guckt, wenn man irgendwo merkt, wo man rumdruckst, was ist das eigentlich? Und das kann man alleine im stillen Kämmerlein einfach mal überlegen, was ist das eigentlich für eine komische Angst, die man manchmal hat, laut zu sagen, was man denkt. Und genau das ist das, was nötig ist, damit nicht so Sachen passieren, wie Julian Assange. Also das passiert meiner Meinung nach durch unbewusste Programme, die wir in uns tragen und da kann keiner was für. Eigentlich habe ich alles gesagt. Also das ist im Prinzip eine Aufforderung, mal zu gucken, wo halte ich den Mund? Und dann verstehe ich besser, warum andere den Mund halten und dann kann ich an mir ein bisschen arbeiten und andere können das beobachten. Ich kann für andere ein Vorbild sein, ein Modell sein, in einer bestimmten Angelegenheit, nicht in allen Sachen, in einer Sache. Und wenn viele Menschen das machen, dann gibt es viele gute Beispiele, wo Menschen den Mund aufmachen und dann gibt es immer weniger Möglichkeit vom System uns zu erpressen. Ich wünsche euch eine schöne Woche.